Ich wünsche mir, dass es ein Mikro-Arts gibt. Ja, ja, ja. Und genauso wie die Maria vorher gesagt hat, weniger reden, mehr Quatsch auch. Weniger quatschen, mehr spielen. Ich möchte, ihr könnt es alles im Programm nachlesen. Ich habe die Maria Tomsen gehört beim Singen, ich habe sie so gehört beim Rappen. Aber was ich noch unbedingt, worauf ich noch hinweisen möchte, die seht ihr nicht. Das sind die Leitfischwurz von Peter und Roland Riesch. Der Peter arbeitet, also jetzt jetzt ich gerade ein Foto. Die Leitfischwurz sind die Bewegten. Der Peter arbeitet unter dem Mikroskop und projiziert das auf die Leitfischwurz. Und Jan Riesch arbeitet von ihrem Läbsterboss. Außerdem die wunderbaren Lichtobjekte von Tobias, die tatsächlich echte Mandarinen, Limnen, Zitronen sind. Aber da könntest du dann auch noch mal ihn genauer fragen. Und jetzt bin ich gleich, Herr Christoph. Und die sind käuflich zu erwerben, bitte. Ja! Ja! Applaus 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 Ich vergriff auf nichts von den Geschichten, die man mir erzählte, das ist es, ich begreife das alles nicht, um die Wahrheit zu sagen, ich begreife überhaupt nichts und niemand. Musik Applaus 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 Der Sonne glanzket wider, Er streibt vermute Mieder, In walkenlosem Tod. Ein unergründlich Wollen lässt ahnen, was wir sollen und was uns selbst vergessen macht. Applaus 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 Ich weiß, dass ich mich nicht mehr so fühle, ich weiß, dass ich mich nicht mehr so fühle, ich weiß. Vielen Dank. Vielen Dank.